Da gehen wir noch nicht lang. Was ist das denn? Die tanzen. Alle kommen zum Tanzen. Oh mein Gott. Hatten wir schon, okay. Das dachte ich mir. Ja, wir wissen, dass du eine Vision hattest. Boah, ist das ein Glaberbackel. Mühlt ihr, wie sie euch nachten. Woh, dann geht's denn hier? Erzale. 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 Ehre für jeden Tufas. Jeder dient seinen Stamm so gut er kann. So ist der Stamm stark und wird nicht zerstört. Kennst du dich hier gut aus? Jil Fremder. Ja. Hast du schon mal eine Feierwand gesehen? Ich sah Firo unter der Erde. Dich folgte der untergehenden Sonne in das Tal. Was für eine Feierwand? Boah, wie ist das ausgeratzt da? Herz. Eine Höhle von hier aus im Westen also. Tch, aber ich muss dich warnen. Dort unten lauern Spinnen. Sie sind gefährlich. Okay. Danke für die Nachricht. So, verschlossene Kiste. Gehen wir mal wieder hinfahren. E-Easy. E-Easy. I-I-I. I-I. I-I. Hier geht's hoch. Achso. Achso. Wenn man zum anderen Weg kommen will. Ach, ist die gerade mal da. Naja, hier müssen wir wieder runter. Kommt die gerade hoch. Goldklä. Blau krall. Blau krall. Wenn sie noch mehr. Ja. Ja. Ist die gerade noch mehr. Ja. 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 so das waren die diesen schatz voll leuchten es leuchtet ja richtig so der scheppert der scheppert der scheppert so dann muss ich mal schnaufen das große kreuz ist immer nicht weg hier soll sie der schatz im jagdgebiet guck mal was drin ist oh mein gott alles nehmen klammer alles hey ihr scheiß feuervögel shani du kannst das doch gar nicht du bist besser für heilen ja ne taongaka hüppen hüppeln gold 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 spitzhacke denn es noch ein ja jetzt lassen sich beschreiben charlie kann mich doch selber geheilt also ich muss das hier gar nicht mehr sicher gehen immer sicher hier so nein bleibt da unten mädchen warte hey was ist da hinten los ne blaukralle ey verpisstisch älter oh oh sieht nicht gut aus oder ja der schwarze hund oh mein gott äh der schwarze hund mann was willst du boah alter der hier geht vor ab alter scharni ich komm gleich warte da war mal ein bisschen spät ja das haben wir auch wieder das war ein deutsch-schwarzes hund hier gibt es nichts zu holen wie scharni danke scharni scharni du geile sau scharni du geile sau du geile sau naja so kleine kotchen eingehen und alles beklauen scharni die lexik hey die besitzer dient sie als talisman und für alle besondere kräfte ach schon der so ein legendär das gegenstand der talisman hat man ja nicht schon weiss gar nicht die flasche kann ich nicht nehmen ok wo lang geht es denn hier goldklee der oben brennt auch noch feuer marki bär komm ich jetzt so hoch da ist auch noch feuer ich spreche mal hey jo wie geht es denn oh ach ihr seid ok wir sind da hier gelandet achso die trommel ich denke hä wieso kommt da jetzt ein kampfmusik äh wo lang alter du zure du zure hey wo kommt die musik alter ähm wieso komm ich immer denn dann hier ähm wieso komm ich immer denn dann hier warte mal ich geh jetzt mal hier hoch von hier kam ich auch hier waren wir noch nicht auch auch Oh, ho, 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 hoh, ho, ho. Ha, ha, ho, ha, ho, ha, ho. Yo, ha, yo. Yo, ha, yo. Yo, ha, yo. Wow, res, ich komm nicht mehr raus. Wow. So, was finden wir denn hier? Grok. Muschel. Muschel, Pokal, Gold, 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 Cock und alles, alles, alles. Ja, er sieht was, das ist ja die nächste Ebene. Was für ein Ende. Scheiße. Daneben gesprungen. Die sagt, was für ein Ende. Bescheuerte Kuhalter. Was für ein Ne. Was für ein Idiot. Ja, und deswegen ist die auch die ganze Zeit mit mir gegangen. Super, jetzt muss ich das ganze Zeug da auch wiederholen. Hey, du sitzt. Na da. Mann ey. Ja, wieder hoch, wieder hoch. Ja, wieder hoch, wieder hoch. Ja, wieder hoch, ja und das nicht. Wieder hoch. Also, wer das gut findet mit Headset, dann sagt Daumen hoch. Hätte mal vorher machen sollen. Ah, ja. Kann ich saubern. Oh. So. Ja, hier müssen wir runter. Wow, wow, wow. Vorher save ich mal. Kann man, unheil kann man dann nicht runter, also. Was, was? Ja, ich wollte schon sagen, das ist doch ein schwarzer Oliander. Genau. So, dann gehen wir wieder zurück in die Kanalisation. Hier ist ja eine Truhe gewesen. Hier ist ja eine Truhe gewesen. Hey, Mann. Ich bin's Hari gemacht. hisinni. Ich bin'sase daatmikain